Musik 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 Gratulieren, ganz herzlich für deine Klasse zu sein an einer Musterbrücke Was hast du heute hier an Essenberg erlebt? Wie fühlst du dich? Ich finde natürlich graubiose auf dem Sieg Erwartet hätte ich es natürlich nicht und dementsprechend ist auch noch eine Fan-Gemeinschaft da, die sich riesig freut und wir werden dort sicher ein riesen Fest noch feiern wie geht es weiter jetzt wird zum ersten Mal sicher ein Jahr mal ein Aufbau gehen ich denke da ist etwas möglich Formtechnisch bin ich sehr zufrieden also Schärfe in der Muskulatur und ja da kann ich eigentlich nicht mehr viel mehr so aber als ich möchte volumenmässig mit vielleicht teuchem Produkt kann ich da noch etwas draufpacken und ja mal schauen Okay, sehr gut Merci vielmal Sehr gerne Ich wünsche dir weiterhin alles Gute Ich wünsche dir weiterhin